hey leute was geht ab und willkommen zu einem neuen vlog hier auf unserem kanal hier bei den ostberg schlampen auf youtube gewohnt aus dem auto man kennt sich anders erst mal daumen nach oben wer es geil finden ja und ich frage sicherlich wo jetzt hinfahren ich meine es ist ja in zeiten von corona gar nicht mehr so selbstverständlich überhaupt irgendwann zu fahren aber wir fahren jetzt noch zwei jahren das erste mal wieder ins ausland und zwar nach österreich denn wenn der vlog draußen war war der livestream ja quasi schon live und da aus machen wir einen geilen livestream auf twitch mit ein bisschen musik ich hoffe das wetter spielt mit aktuell sieht ganz schön grau aus wir haben ja noch auf schönes wetter und ein bisschen sonnenschein aber da geht es hin wir noch zwei tage so an top hinten dran so ein bisschen wandern und so der mark werner und so sind ja auch mit am start der macht auch gleich ein set und guck mal wer noch am start ist versteckt sich ja der ist ein bisschen schüchtern er ist ein bisschen schüchtern ich habe den odin mitgenommen sehr 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 die auch mal die berge sieht ich meine ist jetzt nicht die schweiz aber dann sieht er wenn es auch mal die berge der kleine schweizer und ich bin auf jeden fall mal sehr gespannt wenn wir über die grenze rüber sind werde ich euch mal berichten wie das jetzt vonstatten lief das jetzt entspannt war und herausgezogen wurden und so weiter ansonsten genießen wir jetzt das wetter fängt gleich an mit regnen fahren über die grenze und dann sehen wir uns gleich nochmal so leute wir sind jetzt angekommen auf jeden fall hier in diesem wunder wunderschönen häuschen vielen dank nochmal an die meieralm in österreich ich zeige euch das wie sein können von hier aus wird auch der livestream stattfinden und ich zeige euch jetzt mal das haus alles schon zimmer nummero 1 kann ich ausgetoppt werden überall natürlich mit diesen mega geilen ausblick zimmernummer 4 und hier kann ich mich da kann ich mich direkt rein das ist jetzt der nächste tag ist ein bisschen ruhe eingekehrt langsam wir haben gerade schon ein bisschen alles aufgebaut ich hoffe ich da hinten versucht fotos zu machen klappt nicht so gut mag werner sitzt hier in seinem chalet und chillt also so wie es auch richtige superstars machen er chillt sein leben sonst eigentlich nichts weiter jetzt erzähl mal wie war dann eigentlich die einreise gesehen war ich ganz entspannt haben uns natürlich alle rausgezogen aber wir haben dann einfach pcr test und so weiter gezeigt und dann ging das sein gang sie haben mich reingelassen sie haben wir lassen sie rein unerwartet aber superstars lässt man überall hin eigentlich oder privilegien genau ja cool ich hoffe gespannt wie es heute wird schauen wir mal die sonne muss ein bisschen rauskommen so ein bisschen frisch bisschen fresh ihr habt es gehört der geist hat gerufen das ist zehn uhr ich habe gehört wir starten erst mal mit der mische jetzt ich habe ich hoffe es ich hoffe es guten mischen gestern extra eiswürfel hast du mal die eiswürfel zeigen kann man die eiswürfel zeigen ich habe mir nicht so gut überlegt wie man die wieder auftritt macht einfach ein bisschen warmes ja klar das habe ich ja auch nie versucht wird es zu lange dauern rausgekommen rausgekommen nach dem stream schaut euch mal schaut euch mal diese geile aussicht an das mit den bergen sieht es nicht nice aus ich finde schon das sieht sehr nice aus naja stream stream ist auf alle fälle gut gelaufen hat spaß gemacht internet naja ihr seht ihr auf den bergen ist jetzt nicht das beste gewesen aber egal war auf alle fälle cool ja schauen was heute noch so geht so lange bleiben wir nicht mehr aber wir gucken heute noch mal so schön dass es so geht und ja neben euch auf alle fälle mit hier sind wir noch sunny sunshine in österreich und bergigen österreich ihr guckt euch doch mal das an schon kann man machen so es geht jetzt ganz nach oben für mich als menschen mit höhenangst wunderbar und den boden freut sich auch ausgeführt hallo leute willkommen hier bei meinem touring guide markus touring guide flute alps die berge sind weiß auf alle fälle guter zucker oder schnee schnee krass ganz schön weit hochgelaufen hier ganz unten ja ja klar konnte mir es nicht leisten als superstar kann man sich das nicht leisten da muss man hier hochlaufen nochmal back to the roots oder klar das stück kann man da laufen oder markus ich zeige euch wie war die gondelfahrt bei dir man hat jetzt markus seine hose nicht gesehen die hängt ein bisschen tiefer jetzt leute guckt mal sieht das nicht krass aus ich finde es sieht sehr krass aus und ich finde hier werden erstmal wieder die größenverhältnisse bewusst ja also wenn man jetzt natürlich nicht wie manche leute aus den bergen kommen da ist es schon beeindruckend vor allem hier hinten der ist echt krass und und ich finde da merkt man erst mal wie groß gewisse objekte in unserer welt sind ja oder oder ich sag mal gerade mal wenn man jetzt aus der stadt kommt oder so und nicht irgendwie in den bergen wohnt da sieht man ja nie so große objekte also selbst hochhäuser oder so sind ja nicht so hoch und das dort hin wenn ich dort hinten den berg sehe das sieht jetzt wahrscheinlich dann kann man gar nicht so groß aus aber das ist riesig ja das ist wirklich riesig naja schauen was jetzt noch schönes so gibt mal ein bisschen weiter watscheln und ja auf alle fälle ein bisschen hier genießen das echte hammer runter gucken so leute in deutschland ist ja auch schönes wetter wollte ich sagen ja sehr schönes wetter sogar so leute abschlusswort würde ich mal sagen wir sind schon in deutschland genau und ja es war super cool auf alle fälle grüße auch noch mal raus ein lieben meyeralm dass ihr uns so herzlich empfangen habt und wir euch stream konnten das war super nice vielleicht wiederholen wir das mal wieder dann wollen wir alle coole aufnahmen morgen geht es übrigens für uns na posten dort werden wir auch was cooles aufnehmen vielleicht seht ihr das schon bald jetzt haben wir zurück nach leipzig heute abend 19 uhr steht natürlich unser streamer und für die leute die uns noch nicht folgen das noch gar nicht bekommen wir streamen mindestens jeden samstag 19 uhr auf twitch twitch.tv.obs music könnt ihr unbedingt mal außen checken lasst doch hier einen daumen da abo ihr kennt es und ja wir streamen sogar öfter mal also nicht nur am samstag aber samstag ist mal so etwas safer fester tag manchmal streamt sophie auch ab mittags montags und mittwochs aber das eher ein bisschen spontaner könnt auf alle fälle mal folgen ja war zumindest ein lustiger trip oder kann man echt mal wieder wiederholen das ist schon angeführt wie so als wir mal zum festival gefahren sind vollgepackt ja was ja jetzt sechs sieben stunden autobahn was wir sonst hassen mögen wir jetzt und als abschluss dann immer noch was schönes zu essen wie sich das gehört der o-dienst übrigens auch noch da keine sorge der schläft ja gut ihr lieben da würde ich jetzt mal sagen wir tschau schön dass wir jetzt mal wieder einen vlog hinbekommen haben und hoffentlich jetzt öfter mal wieder das scheint sich alles in eine positive richtung aktuell zu entwickeln schauen wir mal vielleicht sehen wir jetzt mal öfter mal wie wir vlogst du aus dem auto also ihr lieben machts gut bis dann also ihr lieben machts gut Untertitelung des ZDF, 2020